MotorTV22, wir möchten euch begrüßen aus der Lausitz. Über ganz Europa liegt ein starker Regen, wo sich auch die Teams und die Piloten auf der Lausitz beim ersten ADC GT Masters Qualifying einstellen mussten. Bei nasser und rutschiger Fahrbahn gab es die schnellste Runde für Porsche vor Audi und Lamborghini. Erste Startreihe und schnellste Runde mit B1 für Christian Engelhardt, der am besten mit den Verhältnissen zurechtkam. B2 Patrick Niederhauser, B3 Maximilian Bohr sowie B4 Alberta Costa Balboa. Am Samstagnachmittag um 13 Uhr live das erste Rennen zur ADC GT Masters aus der Lausitz auf NitroTV. Autohaисéqu Solo B4 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 Bveni B7 Mondi B4 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 B6 B4 B5 B6 Untertitelung des ZDF für funk, 2017